Also es gibt ja wirklich Sachen so, da kann man noch irgendwie sagen, ja okay, die haben andere Spiele oder so schon gespielt, aber das geht so nicht. Also, so schnell kann man das, glaub ich, nicht lernen. Ne. Weil wir haben ja auch unsere Zeit gebraucht, aber das war gerade echt schon, ähm, hm. Merkwürdig. Und wieder nur ein Boss. Und auch noch der Schlechter. Das ist ja egal, wir haben ja die Schweinefarben direkt vor uns. Nein, ich will die Spinne, ich muss die Spinne finden. Gibt ja nichts. Gerne, such doch die Spinne, wenn du unbedingt willst. Los. Ne. Los, geh. Geh einfach in die andere Richtung, dann findest du die Spinne. Nein, eigentlich muss ich in die Richtung. Ja, 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 in die Richtung musst du gehen, da findest du ganz schnell die Spinne. Okay, reicht. Ich glaub, sie hat die Message verstanden. Ich hab doch selbst gepinkt. Ich weiß, steht ja da. Nebel ist auch kacke. Aber ist besser als dunkel. Ja. Ah, super, direkt hinter dem Zaun krähen. Na toll. Drei, rechts. Nochmal Raben. Komm, schau. Die hat so gut, dass du immer. Na super. Ist doch schon tot. Pfeif. Pfeif. Also wenn ihr weg geht, kann ich den Pettis ziehen. Ja rein mach. Ich komm jetzt sowieso zu dir. Welche Richtung? Ich würde Richtung Perish gehen. 195, 210 Richtung. Hive. Hive. Krähen rechts. Hive. 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 Hinde. Hine. Hinde. Hinde. haben wir natürlich kein dings medikit ich habe keins gesehen bis dato ich will jetzt keins benutzen eigentlich dann lass es doch vielleicht finden wir einen doktor unterwegs oder ich gehe im turm gucken drei von zehn habe ich schon alle erde muss hier schießen hat gezählt ich gehe mal um gucken ob das drin ist ne einfach nur erschießen da hinten kommen gegner mit verband ja aber hinter uns kommen gegner und ich habe es gehört oder sind gerade die hühner ja ich die spieler 0 hier lang da hinten laufen sind bis nach links weiter gelaufen das hat auf mich geschossen nein es war auf mich ich könnte kotzen einer dauerung wir haben mich hier hinlaufen sehen eigentlich liegt nur noch einer da ping noch mal die richtung an ich habe die orientierung verloren ich meine ich habe einen querschläger bei mir ja der schießt auf mich er schießt wieder auf mich ich habe auf ihn geschossen der ist hier hinter dem baum äh hinter dem berg push den ne der ist da einer down down ich glaube wir haben alle eins zwei und der andere ist hier hier ist er ne der andere liegt hier äh da irgendwo wenn der da noch liegt dann haben wir es alle oh was haben wir denn hier schönes ja hier liegt nur einer aha brauche ich nichts von ein team ausgeschaltet ja und springfield ja also würde ich sagen richtung boss weil die sind direkt an dem ausgang oh ja da können wir nur hoffen dass da welche noch sind dass sie nicht direkt rauskommen sonst haben wir wenigstens auch schon welche erschossen hä bist mir glaube ich davor gelaufen hier ist ein arzt endlich hier ist supply auch eine gegengift ich habe eine ne habt ihr alle ja ich hab ok gut ja oder wenn du sie loswerden willst kannst du mich ja wenn du noch keine hast dann gebe ich sie dir auch keine oh entschuldige ey du hast sie nicht gekriegt echt nicht nein muss warten bis die links vorbei ist jetzt oh die sind vor uns die müssen vor uns irgendwo sein ja ja die kommen auf uns zugelaufen sie wollen also den fight find ich jetzt ja dort hör sie auch laufen da ich seh sie sogar ja emo schön schön leider nicht getroffen da hinten ist er ja wir sollten die jagen die haben die bounty ja ich würde sagen also das sind genau zwei heiß weil die laufen zum anderen ausgang nämlich ja die laufen oben an der grenze lang das heißt sie stehen mit der rücken zur wand sagt man ja so schön sieben die sind schon hinten am fluss die haben auf jeden fall glaube ich gerade einen balken weggebrannt durch den emo also wenn wir sie treffen können wir sie schnell töten können das hat was gezählt da ist auch so kacke immer halber weg vor uns geht 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 da ist er nicht getroffen da ist er das war aber wahrscheinlich nicht der bounty träger hit hier liegt ein bounty wir haben auf und gucken wo der andere ist ich sehe nichts alles frei ich sehe nichts alles frei hier hast du da ist da ist wir haben das wir haben Drei Gegner. Achtung, die schmeißen. Tochtlich hin. Ja, okay, super. Oh, die sind direkt da im Haus. 23, 21, 20, 19. Der hat mich schon wieder. Mann! Die umkreuze, ich mach es, weg da. Nein, die hat eine geile Kugel grün. Da ist sie. Boah, so knapp. So knapp. Ein Dreier-Team? Ich hab immer nur zwei gesehen. Wieder Rang 100. Mann, so knapp. Rang 100 bis die 6. Rang 100 bis die 2. Ja. Also das wird dem... Und Rang 100. Hätten wir scheiß auf, hätten wir nicht looten sollen, hätten sie voll reingehen sollen. Ja. Aber ich hab die beim ersten Mal gucken nicht gesehen. Ne, ich auch nicht. Ich hab ja auch geguckt. Da war nix. Ah, es war trotzdem ne geile Runde. Ja, ich sag auf jeden Fall hallo, wir kommen zu unserer heutigen Runde von Hunt Showdown. Und wir haben uns heute was vorgenommen, nämlich besser spielen. Da ist ein Ausgang. Ich geh sofort wieder raus. Ich geh sofort wieder raus. Ich muss ja die Lampe wieder fertig machen. Echt jetzt. Ja, weil der Mathis hat Prisich gedrückt, also es ist jetzt Prisich 2. Das heißt, alle und ich, wir müssen immer ein bisschen selbstständig auf die Prötte kommen heute. Ich weiß gar nicht, ob die Lampe jetzt an oder ist. Okay, heiß. Hier ist ein Medikid, wenn du brauchst. Hm, danke. Ich hab sie nicht gesehen. Kann sich nicht sein. Ich muss erstmal warten, bis ich entgiftet bin. Mal eben schnell ein, zwei Ründchen gespielt, ein paar Kills gemacht, dann ging das. Wo wollten wir jetzt eigentlich hin? Ich lauf jetzt einfach ganz glücklich los. Äh, wir könnten jetzt nach Hatz laufen, nach links. Habt ihr den Clou? Ja. Gut, dann lauf mal nach Hatz. Ja, dann gehen wir mal Richtung Hatz. Auch bei mir ist ausgegraut. Echt? Ja, oben, ja doch, oben die Ecke. Ja. Alles gut. Ein Hive. Auf die Faine. Äh, ich brauch noch acht Hives. Ach, sag das doch, ich hab gerade einen gekillt. Nee, ist richtig, ja, zählt ja. Achso, zählt für dich. Okay, alles gut. Nee, ich muss drei. Bitte gern geschehen. Von daher, wenn wir in die Spinne reingehen, ich muss den letzten Schuss haben. Bitte? Ich muss den letzten Schuss haben bei der Spinne. Boah. Ich muss meine Sachen wieder hochleveln. Gibt's heute nicht. Kannst ja die anderen was haben. Wir werden ja nicht nur Spinne haben. Und ich brauche nur dreimal. Ich darf nur... Hängt das jetzt nicht mit an. Spinne ist hier. Ah, ja. Aber vorher den Kuh machen, ne? Ja, bin unterwegs. Oh, da sollen wir reingehen. Warte. Einer von euch. Ja, hat den Halb erschossen. Wir könnten hier vorne reingehen. Ah, meine Lampe ist ab. Wir haben den Ausgang direkt hier. Ja, weiß ich. Ah! Wie lustig. Hey! Biest! Oh! Nee, aber langsam mal. Hat keiner eine Stücke dabei, demnach? Also du kannst ja nicht, das wird klar, aber... Aber ihr wartet dazu nach, wann das liegt. Ja, ich bin echt... Oh! Ach, mach! Ich sauf nicht abgesehen. Oh! 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 Und hier ist ein Pferd. Ich glaube, wir haben Besuch. Ja! Ich hab keine Patronen mehr. wir werden hundertprozentig gegner hier haben aber wie gesagt der ausgang ist halt direkt richtung westen wahrscheinlich nicht wo die tür richtung bot habe ich auf jeden fall zwei fallen kann der ja ich habe nur zwei schuss werden auch mittlerer ich weiß nicht ob du brauchst ich krieg nur jedes mal zwei schuss wenn ich an den kisten hier habe ich eine hingelegt ich habe drei schuss mehr habe ich mich ich habe aus den munitionskisten nur zwei schuss rausgekriegt als ohne spezialwaffe ich habe eine pistole noch gut 17 16 und die kommt nach uns da könnte aber auch da rausgehen oder ziemlich straight nach unten gelaufen jetzt aus östlicher richtung sie sind nicht die einzigen hier sind sie gehen jetzt auch richtung ausgang ja muss nichts heißen also zur not müssen wir auch nach oben da den ausgang nehmen also entweder oder ja die schüsse aus osten sind auf jeden fall sehr nah die schüsse ausgang die sind raus noch habe ich keine schritte gehört kann natürlich sein dass jetzt den ausgang abkämpfen weil er halt ziemlich offen ist er soll sich überlegen ob er nicht doch nach oben draus werden macht euch bereit ok so guckst du ja ich habe nichts gesehen ja dann lass uns raus rechte tor müsst ihr nehmen ja ich habe gesagt rechte tor müsst ihr nehmen aber steckt euch aber nicht da jetzt so offen stehen bleiben meine ich habe die waffe ist in sich ne haben wir schon mal die erste runde ich habe für dich ne ich habe den award 100 jahr feier gerade gekriegt was immer 100 jahr feier heißen soll da bin ich jetzt auch überfragt keine ahnung um so nachgucken was der erfolg war ich weiß dann auch lieber immerhin schon mal die erste runde rausgekommen genau so muss es sein war auch einfach darf ja auch mal gleich schon mal ordentlich in der bank gelevelt und alle mit einer also die 100 jahr feier ist 100 bounties ich hätte meine spritzen mal benutzen sollen ich glaube das war die schnellste reihen raus und ich habe jetzt alle perks genommen die ich freigeschaltet cool also rein raus ist doch ganz gut zack zack fertig jetzt noch mal und dann bin ich schon zu fliegen und 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 und